So, okay. Unser kleines Boot, das bringt ja jetzt da fleißig Bier hin und her. So, die sind alle happy. Da liegt es auf jeden Fall nicht. Ist es falsch? Und die wollen halt alle Mäntel haben. Manchmal will ich ja nur hier Mäntel haben, damit wir hier endlich mal hochkommen auf Investoren. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück in die neue Welt. Kleinstadt. Können wir eigentlich hier... Können wir mal Sachen einkaufen? Alter, ich frag mich aber, das ist schon hoch. Ich kann dir Geschichten aus der guten alten Zeit erzählen. Das ist schon hoch. So, Alpaka Farm. So, Alpaka Farm. Untertitelung. BR 2018 Toll Geht ja nur drei hin, das ist doch scheiße So So, und jetzt müssen wir das hier noch verbinden Unser Traum lebt weiter Ich habe eins seiner Schiffe Ich habe eins seiner Schiffe verstört Äh, zerstört Ja, stört Ah, sie schließen sich der gerechten Sache an So Muss er mal hier unten Ding, 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 ding So, Feuerwehr. Ponchos kriegen die jetzt auch. Okay. So. Feuerwehr könnte man jetzt hier noch... Also der geht mir halt echt auf den Sack. Aber ich habe halt nicht genug Einfluss, um genug Waffen zu machen. Wollte ich hier angreifen. Vier Stück. Ey, wie viel brauche ich denn? Kann mir jemand sagen, wie viel ich für vier Waffen brauche? Oh, hier hat es zwei kleine und zwei dicke. Wie viel Schiffe ich da ungefähr brauche? Hieran kannst du dich mal so richtig austoben. Nee. Du hast mir hier ein fürchterliches Chaos hinterlassen. Ihr Hafen wird angegriffen. Flotte erwartet Befehle. Da geht mir halt auf den Sack der Penner. Aber so richtig. Flotte zum Angriff. Schiff unter Beschuss. Und die auch mal jetzt alle hier da hinfahren. Feindliches Ziel erfasst. Flotte bereit zum Feuern. Flotte zum Angriff. Schieß doch mal jetzt. Hey, die schießen gar nicht, Alter. Flotte bereit zum Feuern. Er will mich nur weglocken. Die Sau. Müsste jetzt halt wieder eine Insel nach der anderen von dem zerstören. Trotz der Dunkelheit zum Schiff zurückkehren. Aber wir haben ja den Dingstypi dabei. Dann machen wir. Schnell gefunden. Perfekt. Kann mir das jemand sagen, wie viel ich für vier bis fünf Kanonen brauche? Wie viel Linienschiffe? Weiß das jemand von euch? Er kommt schon wieder zurück, oder? Wer steht da? Wir geben unser Bestes. So. Was macht jetzt hier die Bierproduktion? Auf Null, Alter. Wie geht das denn? Achso, weil ich hier gar kein Bier anbaue. Hier ist ja normal. Hat der ein Boot von mir zerstört? Ja, aber der hat da vier bis fünf Kanonen immer. Deswegen ist jetzt meine Frage. Wie viel Linienschiffe ich da brauche. Volle Segel! Lotto legt ab! So. Okay, Bier geht hoch. Dann wieder neue Welt. Jetzt musst du hier jedes Mal hin und her switchen. Das ist schon... Wieso sind die jetzt schlecht gelaunt? Du hältst dich wohl für was Besseres. Kirche. Ja, kriegst du hier. Guck. Spielstand gespeichert. Da habt ihr eure kleine Kirche. Kein schlechter Ort für den Lebensabend. Weshalb nur überleben? Weshalb nicht erleben? So haben die alles? Ja. Polizei noch nicht. So, jetzt äh... Tacos. Boxclub können sie eigentlich auch gleich haben. Ist der genauso breit wie lang? Zack. So. Ähm. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Ich stehe wieder genau da. Hier wollte ich noch weiterbauen. Ha. Hier sind wir stehen geblieben vorhin. Also nicht vorhin. Beim letzten Mal meine ich. Und hier habe ich noch gar kein Hospital. Ah, die machen das schon. Ah, hier ist wieder eine Aufgabe. Hilfst du einem alten Mann? Ich erinnere mich an wenig, dass er in meiner Jugend besser war. Schon fertig. Es ist ja sehr gut gemacht. Ja. Ja. Fruchtbarkeit hergestellt. Wie? Handelskammer beeinflusst. Baumwollplantagen. Baumwollfruchtbarkeit bereitgestellt. Wie geil ist das denn? Das heißt, ich kann jetzt doch auf der Insel hier Baumwolle anbauen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Aber ich habe nicht mehr so viel Platz auf dieser Scheiße. Ich bin doch hier hinten. Ich glaube, sie lösen das Problem. Ich bin sicher, sie können uns irgendwie helfen, zu erblühen. Gesundheit. Natürlich haben sie es geschafft. Museum. Ja, so Arzt ist da. So, das heißt, wenn ich jetzt hier eine Handelskammer hinstelle. Warum kann ich die nicht bauen? Was fehlt denn da? Einfluss! So, und dann kann ich da quasi Baumwollplantagen bauen. Das wächst hier nicht, Hefe. Doch. Wie er mich darauf hinweist, das wächst hier nicht. Jetzt will er die Insel haben. Aber das schafft sie doch. Ah, das ist halt Kacke. Gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Kompromiss. Ihre Insel wird angegriffen. Ja, aber das schafft sie doch. Guck mal. Komm, baller den weg. Jetzt noch ein Schuss. Ja, das schafft sie doch noch, wa? Bam. Der ist weg. Game over, bitch. Wir werden uns der Gewalt nicht beugen. Du hast angefangen, Klapperkopf. So. Okay, hier sieht es auch wieder gut aus. Wir wollten jetzt aber gucken, dass wir hier oben, können wir jetzt tatsächlich dann... Spielstand gespeichert. Dann anbauen. Ja, aber dann besiedelt der das gleich wieder. Die Epidemie wurde besiegt. Ich brauche die Insel nicht, aber dann haut der da wieder Häuser hin. So, und ich brauche jetzt Einfluss. 20. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein paar Kanonen wegnehme in den anderen Welten... Drei Kanonen loader Schiffe, das reicht doch eigentlich, oder? Sie haben an Einfluss verloren. Gerade welchen dazu bekommen, also so richtig hinhauen tut das auch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein paar Kanonen wegnehme, kann ich jetzt hier ein paar Kanonen wegnehmen. So, und jetzt habe ich 20. So, und jetzt kann ich hier die Handelskammer bauen. Bäm. Alter, das funktioniert. Wie gut. Dann kann ich mir ja nicht die Insel da sparen. Dann kann ich mir die andere Insel eigentlich sparen hier. Jetzt habe ich hier einmal angefangen. Die können wir ja eigentlich erst mal so lassen. So, und jetzt ballern wir hier alles voll mit Baumwollplantagen, weil die brauchen wir dann halt für die Mäntel. Für die Mäntel. Weil wir sind ja eigentlich nur in die neue Welt gegangen, um Mäntel zu machen, damit wir dann Investoren kriegen. So war doch der Plan. Die neue Welt interessiert uns doch eigentlich gar nicht. Oder habe ich da einen Denkfehler? So. Das ist so gut, dass das jetzt hier funktioniert. Richtig geil, dass wir dem geholfen haben. So manchmal lohnt sich diese Scheiß. Missionen doch. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Der baut und baut und baut. Das ist schon heftig. Baumwolle und Rum. Ja, ich brauche halt nur Baumwolle tatsächlich. Erst mal. Die schlechten alten Tage sind zurück. Konnte ihre Insel nicht besiegen. Was macht er denn auch? Können wir uns nicht mal einschleimen jetzt hier wieder? Leicht eingeschränkt. Spielstand gespeichert. Ich frage mich, warum der so aggro auf uns ist. Ich raff's halt auch nicht. So. Wir könnten die Industrie halt mal ein bisschen ankurbeln, wenn wir jetzt alle Schiffe erst mal hier... Alle Schiffe jetzt erst mal... Das sollten wir halt mal... Das ist auch egal. Das geht ja nach und nach Gesundheit zurück, richtig? Lassen wir mal drei, vier Schiffe hier. Hab halt hier noch keine... Keine Dings, zwar. Keine Kanonen. Aber wenn er die Insel angreift, wäre schon hart. Ja, ich könnte ja mal gucken, wie viel Einfluss mir so ein Kontor wiederbringt. Hab ja keinen Bock, dass der die gleich wieder besiedelt, der Saftsack. 14, äh... 18? 18. Da brauche ich mich halt echt nicht wundern, wa? 18? Alter, das ist schon hart. Tja, grüß dich mal der Einfluss. Die Menschen lassen sie hochleben. Grüß dich mal der Einfluss. So, und dann bauen wir jetzt Schiffe und dann... Hä? Was? Hä? Das ist wahrscheinlich eine Insel, die ich nicht abreißen darf. Hoppala! Hä? Hä? Scheiße. Ich weiß gar nicht, wann es gespeichert hatte. Das war, glaube ich, Prosperity oder so. Die muss man natürlich behalten.